Seit 500 Jahren blutet sie die Wunde im Leib Christi. Dieses drastische Bild verwendet der Papst und der Präsident des Lutherischen Weltbundes. In ihrer gemeinsamen Erklärung anlässlich ihres Gedenkens an die Reformation verwenden sie dieses Bild. Sie beschreiben damit die fehlende Gemeinschaft in der Christenheit. Ein drastisches Bild für die Größe der Schuld, die wir durch den Mangel an Ökumene auf uns laden. Ein Schuldbekenntnis am Beginn des 500-jährigen Reformationsgedenkens. Keine Schuldzuschreibung, keine Abwertung. Ein starker Anfang. Wenn jeder einzelne Christ an dieser Wunde im Leib Christi schuld ist, dann kann auch jeder einzelne gerade im Reformationsjahr 2017 etwas dagegen tun. Es kann Anlass sein, sich auf die eigenen konfessionellen Grenzen zu besinnen. Und da geht es auch um Vorurteile und Feindbilder. Katholisch ist so evangelisch so. Nein, unser Beitrag, mit dem wir die blutende Wunde Christi stillen können, besteht darin, dass wir unsere konfessionellen Grenzen abbauen und aufeinander zugehen. Vor Ort bei der Nachbargemeinde im Freundeskreis. Seit 500 Jahren blutet die Wunde im Leib Christi. Es wird Zeit, dass wir sie heilen und uns selbst dazu.